Lebe ich? Woher weiß ich, dass ich lebe? Ich schmecke diese Zigarette, spüre, wie der Rauch in meinen Mund strömt und ich merke, wie das Nikotin meine Nerven beruhigt. Aber ist das Leben? Hier ist alles schwarz. Ist Tod die Erlösung von unserem Dasein, das manchmal ganz gut ist? Aber alles in allem doch recht beschissen ist. Die Erlösung von einer Welt, die sowieso nicht mehr gerettet werden kann. Wir wachen auf wie aus einem Albtraum. Und auf einmal befinden wir uns im Paradies. Wenn das so ist, bin ich nicht tot. Noch nicht. Ja, ich bin nicht mehr. Fantastisch. Musik Musik Hier steht's. Die meisten Obdachlosen suchen gar keinen festen Wohnsitz. Sie sehen sich selbst als Lebenskünstler, die frei von jeglichen Konventionen leben wollen. Unsere Reporterin sprach mit Boris 22, der seit einem Jahr obdachlos ist und sich als Straßenmusiker durchschlägt. Ich habe nicht viel, aber ich habe alles, was ich brauche. Und ich bin frei. Ich kann hingehen, wo immer ich will, wann ich will. Tun und lassen, worauf ich gerade Bock habe. Diese grenzenlose Freiheit ist das Beste am Ende. Solche Leute wollen sich doch nur vor der Verantwortung drücken. Die haben Angst und Teufelspilzigaretten und Schmerz. Das kennt man doch. Sarah, holst du mir bitte mal einen Löffel? Apropos Zigaretten. Hast du Tim eigentlich mal diese Anti-Raucher-Broschüre gezeigt? Ich finde es wirklich nicht in Ordnung, dass dein Freund so viel raucht. Sarah, den Löffel. Wie siehst du denn aus? Sarah, was ist denn los? Ich sterbe heute. Was hast du denn gemacht? Jetzt erschreck mich nicht so. Was ist los? Ich weiß es. Es ist einfach da. Ich bin aufgewacht und seitdem weiß ich heute Abend werde ich sterben. Du hast einfach schlecht geträumt. Wahrscheinlich hast du recht. Komm, jetzt setz dich erstmal hin und frühstücke was. Sag mal, schreibst du heute eine Klausur? Wirst du gemobbt? Nein. Ich werde sterben. Das fühlt sich so echt an. Ja. Du wirst sterben. Das müssen wir alle. Aber nicht heute. Und nicht nächste Woche. Und auch nicht nächstes Jahr. Du hast einfach schlecht geträumt. Das ist alles. Komm, jetzt Frühstück erst einmal. Und dann fährst du in die Schule, unterhältst dich mit deinen Freunden. Und du bist zehn heute Abend, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann fährst du in die Schule, unterhältst dich mit deinen Freunden. Hallo. Hallo. Einmal Zigaretten, bitte. Welche Marke? Egal. Ich hab aber zu viel. Und dir. Fünf Euro zwanzig, bitte. Lass dir mal lieber den Ausweis zeigen. Achso, ja. Deinen Ausweis bräuchte ich. Hey, hey. Lauf mit dir hinterher. ... ... ... Achtung! Danke. Ich gehe dann wieder. Das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. So wie es aussieht, wirst du verfolgt. Hm? Sarah. Sarah. Ich bin Jonas. Was wollte der von dir? Keine Ahnung. Genau. Du hast geklaut. Nein. Alkohol? Zigaretten? Was zu essen? Ich habe nicht geklaut. Du hast Angst, ich verpfeife dich? Zigaretten. Geht doch. Würdest du heute den Tag mit mir verbringen? Hm? Würdest du heute den Tag mit mir verbringen? Von jetzt bis Mitternacht? Ja oder nein? Ja. Und Sarah? Was machen wir an diesem Tag? Wir tun's, als wär's unser Letzter. Wer knapp mit mir mal... �isch? Ja oder ja? Ja oder ja. Find Herr Dirster? aber Musik Musik Wenn man mit dem Auto hier drüber fährt, denkt man gar nicht, dass die Brücke so lang ist. Wenn man mit dem Auto fährt, entgeht einem so vieles. Musik Krass, ich wohne keine zehn Minuten von hier und bin noch nie hier gewesen. Du solltest das mal bei Nacht sehen. Dann leuchten die Fabriken so, als ob sie leben. Ein riesiges Monster, welches über die Stadt wacht. Und zugleich droht sie aufzufressen. Musik Erzittert, Menschlinge! Fürcht an meinem Zaun! Vielleicht können wir später nochmal herkommen, wenn es was dunkler ist. Ja, klar. Warum nicht? Komm, ich zeig dir, wo ich wohne. Musik 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 Tadah! Hier wohnst du? Ja, zur Zeit. Wie zur Zeit? Ja, die Familie ist im Urlaub und ich hüte sozusagen das Haus. Also, was ist? Was machst du, wenn die Familie zurückkommt? Tja, da muss ich mir wohl was einfallen lassen. Hunger? Hm? Et voilà! Was hat denn Madame von einer frischen Dose Backed Beans für die heutige Abendmenü? Perfekt! Ist das lecker! Ja, mit den richtigen Gewürzen schmeckt alles. Man muss nur wissen, wie. Ich wünschte, du konntest mir das zeigen. Hm? Ist noch was da? Tut mir leid. Alles leer. Aber wenn du willst, kann ich noch eine Dose machen. Nee, ist gut. Was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du so lebst? Ich meine, die hatten doch bestimmt was anderes für dich im Sinn, oder? Jetzt kümmern dich meine Eltern. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ich war 14, als wir es erfahren haben. Meine Schwester war krank. Das tut mir leid. Der Doktor hat dir noch ein halbes Jahr gegeben. Das hat uns kaputt gemacht. Meine Mutter hat mit dem Trinken angefangen. Mein Vater hat sich in die Arbeit geflüchtet. War nie zu Hause. Nur meine Schwester trug's mit Wasser. Zumindest äußerlich. Eines Tages kam ich aus der Schule und hatte einen Brief auf meinem Schreibtisch. Jonas. Wenn man vom Schicksal gefickt wird, hat man genau zwei Möglichkeiten. Erstens. Du wehrst dich. Bringt nichts. Das Schicksal ist stärker als du. Und wenn du nicht mitziehst, wirst du vergewaltigt. Zweitens. Du lässt dich auf den Ritt ein und machst daraus den geilsten Fick deines Lebens. Und genau das werde ich jetzt tun. Ich bin weg. Sei mir nicht böse. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Seitdem bist du obdachlos? Seit zwei Jahren. Hab sogar noch meine Schule zu Ende gemacht. Danach sogar studiert. Du? Rechtswissenschaft. Ich war früher sehr korrekt. Hab Autoritäten respektiert. Hat nicht lange gedauert, bis ich gemerkt hab, was da für ne Scheiße ist. Das ganze System. Wir werden geboren und sind frei. Eine Zeit lang bleibst du es auch. Und irgendwann legen sie dir eine Leine an. Und je älter du wirst, desto kürzer wird diese Leine. Nach einer Zeit kommen Scheuklappen hinzu. Und du verlernst richtig zu sehen. Dann halten sie deine Ohren zu. Hören es nun auch nicht mehr wirklich drin. Und zum Schluss binden sie deine Zunge. Und hindern dich zu sprechen. Ja, und wenn du nur noch siehst, hörst und sagst, was sie wollen, dann erklären sie dich für mündig und erwachsen. Wer sind die? Alle. Alle. Alle, die da mitmachen. Hast du schon mal jemanden getötet? Als wäre das die Lösung. Ich mein's ernst. Nein. Werde ich auch nicht. Und wenn dich jemand bedroht? Not wäre es was anderes. Ist es nicht? Ist es doch. Ich will das machen. Was? Jemanden töten. Ich hab das noch nie gemacht. Ich will wissen, was das für ein Gefühl ist. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Ohne mich. Du hast versprochen, den Tag mit mir zu verbringen. Hab ich. Bis Mitternacht. Ich leg auch gern noch ein paar Tage drauf. Weil ich dich mag. Aber ich werde nicht für dich töten. Dann schlaf mit mir. Ich mag dich auch, aber ich kann keine Tage drauflegen. Lass uns uns jetzt mögen. Glaubst du an Außerirdische? Warum nicht? Es gibt so viele Welten da draußen. Glaub nicht, dass wir die Einzigen sind. Hoffentlich nicht. Wusstest du, dass die alten Völker glaubten, die Sterne seien die Seelen der Toten, die auf uns hinabschauen? Und manchmal, wenn eine von ihnen ihren Körper verlässt, bevor sie ihre Aufgabe auf der Welt erfüllt hat, fällt sie wieder zurück und wird wieder geboren. Sternschnuppen. Das hat mir meine Schwester erzählt. Ich hab's geglaubt. Ich hab's geglaubt. Wie alt war sie? Nicht älter als du. Danke. Für alles. Für den Tag mit mir verbringen. Hätte ich mir heute nicht schöner vorstellen können. Wir können das ja öfter machen. So einen Tag miteinander verbringen. Das wird nicht gehen. Hast du einen Freund? Ich hab keinen Freund. Was spricht denn dagegen? Ich dachte, du magst mich. Tu ich auch. Ja, dann... Ich werde... Ich werde morgen nicht mehr hier sein. Ach, du ziehst weg? Wohin? Ich kann dich besuchen, ich wollte eh nicht mehr so lange... Jonas! Es geht einfach nicht, okay? Verstehen. Es tut mir leid, dass ich vorhin so unfreundlich war. Ich werde sterben. Heute Abend. Und mit der Nacht. Frag mich vorher. Ich weiß es einfach. Meine Zeit ist abgelaufen. Scheiße, dass ich ausgerechnet heute jemanden wie dich kennenlerne. Tja. Vom Schicksal gefickt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Du drehst den Spieß um und fixt das Schicksal. Mitternacht. Wenn ich hier, dann entscheide ich wann. Ich mag dich. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Als Sternschnuppen. Bei dir ist sie auch nicht? Wie? Scheiße. Nicht? Laut Kerstin war sie noch nicht mehr in der Schule. Sie hat noch niemals die Schule geschwänzt. Vielleicht hätten wir ihr glauben sollen. Vielleicht... Wer weiß, was sie... Mama! Niemand wacht auf und weiß, scheiße ich werde sterben heute Abend. Das ist unmöglich. Aber wo ist sie denn? Wo? Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie abgehauen. Ich ruf die Polizei an. Ja, hallo? Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ich hoffe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Wunderbar. Ich sehe. Amen. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du?